herzlich willkommen vom channel freund schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute gibt es nur ein kleines update wir haben bis jetzt fleißig fertig geklebt bzw weiter fertig sind wir noch nicht also wir haben hier das habt ihr schon gesehen hinten das eck ist fertig das da unten am eck der küche habe ich schon ausgeschnitten das hier ist komplett ausgeschnitten jetzt habe ich nur ein problem mit der wand hier gerade das heißt ein problem von hier oben ist außen ja die eckschiene komplett weg also einmal die rings außenrum von dem eck hier hinten bis hier hinter oder bis hier runter und das alkohol quasi das wackelt mir noch zu arg zum kleben da kann ich nichts abstützen also da kann ich die platte hier dran drücken da werde ich jetzt mehr außen wahrscheinlich heute noch wenn es zeit ist eine stütze mit holzstütze mit außen mit basteln zeige ich euch dann alles dass wir die ein bisschen fixiert kriegen und dann könnte ich auch dort weiter kleben dann kriegt man die wand vielleicht noch fertig ja kleinen moment geht gleich weiter die post war gerade da deswegen wo sind wir stehen geblieben genau mit der wand habe ich euch gesagt und jetzt ist uns aufgefallen auch hier unten ist hinterm radkasten das ist hier ist der boden quasi und das ist dann quasi bündig mit dem boden da war die latte auch kaputt hier unten hat der vorgänger schon die ganze länge entlang also bis bis hier hin die ganze länge schon eine neue latte eingefügt deswegen ist mir das erst gar nicht aufgefallen dass da auch was kaputt ist sowas kommt halt dann immer dazwischen wenn ein oder man wirklich rumfuscht und wieder alles mit silikon reingeklebt den mist kriegst du dann auch noch raus ich weiß gar nicht ob ich es gezeigt habe aber das fenster hier das war das eine wo immer wo der der vorgänger schon mal gepflegt hat da hat er hier und fensterrahmen komplett neu gemacht das sieht man jetzt gar nicht hat er und fensterrahmen hier komplett neu gemacht ringsherum und hat es aber mit silikon reingeklebt das fenster normal ist das ja nur mit Dekasil dichtmasser oder so wie ich die halt vom wirt habe dann geht es eigentlich super raus ne quatsch ist gelogen die latten werden reingeklebt mit dem caravan kleber so rum genau und ich habe auch kleber vom wirt und der geht aber das hebt zwar bombenfest aber das kriegt man auch irgendwie mal wieder weg und der hat dann den fensterrahmen also das fenster das kunststoff fensterrahmen auf den holzrahmen auch reingeklebt das wird noch mit dem dichtstoff gemacht und dann haben wir uns mal sieht es hier noch ein wenn es mit dem licht her passt so ein bisschen hier sieht man noch da hat es richtig das holz raus gerissen teilweise und ist am fensterrahmen geklebt da ist es komplett weggebrochen das müssen wir noch reinkleben das hat die julia schon zugeschnitten und also wie gesagt fenster wirklich gibt die drei euro mehr aus für die tube und macht das vernünftig mit dem dichtmitten rein dann ist es auch dicht und nicht mit silikon reinkleben dann geht es nämlich nicht mehr weg so dann ist uns auf die tür das habe ich schon gesehen das sind von unten 20 zentimeter vielleicht der rahmen von der tür hier steht zugeschnitten holz schon links und auch rechts weg das lasse ich aber ich kann da super reinkleben und macht den also bis auf das eine was da steht das hat die julia schon raus gemacht ohne dass es wusste besser und schlimm dann kleben wir es gleich rein und auf der anderen seite das mache ich wenn wir mal unterwegs waren kommt der türrahmen komplett raus und wird wieder neu reingeklebt beziehungsweise ist er glaube ich gar nicht geklebt der ist einfach geschraubt das zeige ich euch aber dann wenn es soweit ist ja hier auf der seite haben wir auch noch ein bisschen wie ihr wahrscheinlich schon sehen konntet geklebt das ist im alkohol da hinten ist auch reingeklebt da muss ich jetzt hier dann das fenster wieder ausschneiden und hier alkohol können wir auch noch nichts machen weil dann muss ich es von außen ebenfalls befestigen manchmal sieht es vielleicht so dass die latte vorne ich stelle das mal hin die latte die hier vorne hoch läuft die da die da meint man jetzt die wert zu dick aber die ist genau 30 wie styropor auch nur das muss man ein bisschen abstützen das wackelt nämlich vorher kann ich nichts reinkleben sonst habe ich die platte eigentlich gar nicht an die also nur an ein zwei punkte an die wand geklebt und das macht keinen sinn so dann würde ich sagen haue ich euch immer wieder mal zeitraffer rein wie ich was mache und dann melde ich mich später wieder zurück bis gleich war ich 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 Bis zum nächsten Mal. Musik So Freunde, fertig für heute. Wir haben die Wand nicht fertig geklebt, die hinter mir. Aber wir haben alles zugeschnitten. Alles angepasst. Also ich kann es nochmal wiederholen, diese Klammern hier. Sehr sinnvoll sich die zuzulegen. Wie gesagt, ich habe die auch so außerhalb des Wohnmobilumbaus schon sehr sehr oft gebraucht. Und passt einfach sehr gut. Damit tue ich immer zuschneiden. So wie die Platte hier oben. Die klebt auch noch nicht. Die hält nur hier unten. Mit den zwei. Und ja. Also wie gesagt, Platten hingeklebt. Hier unten ist alles fest. Das hier ist noch fest. Das ist ein Streben noch dort. Da hinten kann ich auch noch nichts kleben. Da fehlt noch Styropor am Eck. Ich war die Woche ja mal im Baumarkt. Und bzw. muss ich kurz überlegen. Ich glaube das seht ihr am nächsten Video. In dem Video vor diesem hier. War mal im Baumarkt. Das war aber auch die Woche. Die haben das Styropor, was ich brauche nicht da. Jetzt schaue ich mal, ob es das in einem anderen gibt. Übers Wochenende. Oder bestellt es halt im Internet. Dass man es fertig kleben könnte. Das für die Decke hier. Das Styropor. Das liegt noch da oben. Das haben wir. Das ist auch noch ganz. Weil das sehr professionell hier. Hier sieht man es mit Silikon hingeklebt worden ist. Und das hebt gar nichts. Also wie gesagt Silikon. Einfach. Finger weg von Silikon im Wohnmobil. Das kann man von mir aus für die Dusche zum Abdichten später benutzen. Da werden wir das bestimmt auch noch brauchen. Aber zum irgendwas hinkleben oder von außen her abzudichten. Taugt es einfach nicht. Das ist nicht mal wetterresistent. Ja. Wie gesagt Brett im Alkoven zugeschnitten. Das haben wir alles. Also es ist alles jetzt fertig. Außer die Decke. Für die Decke haben wir auch noch nichts zugeschnitten. Da bin ich nämlich noch am überlegen und am rumprobieren. Ich habe jetzt heute schon mal hier oben. Das wieder verschraubt mit Winkeln. Verklebt und verschraubt. Es ist jetzt stabil. Ich glaube das war es soweit. Heute ist Dienstag. Morgen Mittwoch. Wir haben morgen noch ein bisschen was zu erledigen. Deswegen werden wir morgen gar nichts machen. Ich räume morgen die Garage auf. Dass die Fahrzeuge von den Eltern wieder reinpassen. Und am Donnerstag fahren wir dann zu den Eltern von meiner Freundin. Da machen wir halt dann mal vier Tage Urlaub. Weil wir hat er ja jetzt eineinhalb Wochen schon. Und die restliche halbe genießen wir dann so. Und dann können wir wieder voller Elan weitermachen. Nächste Woche. Ja sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Glaube ich. Wenn ich was vergessen habe, zeige ich es euch natürlich im nächsten Video. Also vielen Dank fürs Einschalten. Cool dass ihr wieder dabei wart. Würde mich über ein Abo freuen von euch. Weil nur so wächst der Kanal. Und so kriegt man Reichweite. Damit es auch mehrere Leute sehen die das gebrauchen können. Ja und dann sind wir nicht mehr all so weit. Wir gucken uns am ersten Vlog. Also Freunde macht es gut. Viel Spaß. Ciao ciao.